Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Ich könnte sagen, wir probieren uns heute eine neue Angriffstaktik für mich, was wir auch machen, aber der Grundgedanke ist ein Epic Fight. Blende euch den Kommentar wieder rein, wo bist du mal mit dem Queen Walk? Ja, Queen Walk, ich habe ein bisschen recherchiert, mich ein bisschen schlau gelesen, ist populär geworden. Seit dem Update, wo die KI, also die Intelligenz der Queen etwas optimiert wurde, dass sie nicht mehr auf Mauerstücke eintrischt, sondern sich von Verteidigungsgebäude oder generell von Gebäude zu Gebäude bewegt, dass sie angreifen kann. Grundprinzip von Queen Walk, wem das jetzt noch gar nichts sagt. Wir haben die Queen, nehmen drei oder vier Heiler, je nachdem welcher Level sie hat, ist sie schwächer vier Heiler, ist sie stärker drei Heiler. Lassen die Queen erstmal ganz viel aufräumen und kommen dann später mit irgendeinem anderen üblichen drei oder three Star Angriff. Das können Golems und Schweine sein, Gohawk, das kann Go-Lava-Loon sein oder kann auch nur Lava-Loon sein. Und wie hier gefordert wurde, sollen wir das Ganze in Lava-Loon probieren, gegen eine Rathaus-10-Base. Ich schaue jetzt mal, je nachdem, vielleicht machen wir das auch gegen eine Rathaus-9-Base, was wir so finden, was man machen kann. Und diese Base sähe schon mal gar nicht so uninteressant aus. Wisst ihr was, wir probieren gleich die erste. Und zwar fängt damit der Queen am besten an, von einer Stelle, wo ein Armeecamp ist. Das haben wir nämlich hier. Dann setzen wir die vier Heiler hinterher und lassen die Queen erstmal heilen. Ihr seht, die Luftabbeeinheiten sind hier eher ein bisschen weiter innen, zumindest in dem Bereich, deswegen habe ich auch von hier angegriffen. Und die Queen, wie ihr sehen werdet, wird sich jetzt erstmal hier ihren Weg langarbeiten. Wir nehmen gleichzeitig auch mal den King, der sich hier ein bisschen austoben kann. Und ganz klar, das Hauptprinzip ist dann hier Go-Lava-Loon. Man muss mal schauen, was die Queen jetzt am Ende zu leisten imstande ist, was sie aufbereit bekommt. Ihr seht, sie läuft hier erstmal rum. Der King tritt gegen das Maustück, wird hier rechts ein bisschen aufräumen. Und auch die Luftabbeeinheiten sind hier doch noch eher weiter innen. Die Heiler, sie schaffen es, die Queen gerade so gegen zu heilen. Sobald dann immer Verteilungsgebäude ausgeschaltet werden, umso besser klappt es. Wir zünden mal den King. Die Queen müssen wir jetzt auch zünden. Das war es gerade ganz schön knapp, weil der King noch dazu kam. Und jetzt kommt hier rechts die Glamburg, wo wir den Gift-Spell nehmen. Und wir fangen jetzt mal an mit Hündchen und mit einem Wut-Spell. Und machen das gleiche auch nochmal hier. Auch hier die Loons hinterher. Und auch hier ein Wut dazu. Und wir haben noch einen dritten in der Glamburg. Es muss die Queen hier... Ja, das war es nichts. Es war hier ein panischer Freeze auf Lufteinheiten. Aber das Update ist ja noch nicht da. Jetzt ist die Queen leider down gegangen und konnte nicht allzu viel ausschalten. Aber wir haben noch ein paar Loons mit am Start. Auch ein paar Welpen können hier die Luftabwehr freezen. Und die zwei Teslas haben dann in dem Fall die Teslas und den X-Pro erwischt. Gut, 50% haben geknackt. Für drei Sterne wird das hier wohl nichts. Und auch die zwei nicht. Also schade war, dass der Drache bzw. dass die Queen den Drachen ausgestaltet hat. Und was sicher auch ein bisschen suboptimal war, bin ich ganz ehrlich, dass in diesem Fall die Base, ja, dass zu viel Gebäude direkt hinter der Mauer kam. Also wir sind jetzt hier mit dem Monster ausgestiegen. Ihr seht, es sind noch einige Lava-Welpen und auch noch die zwei Minions hier am Start, die natürlich am Ende gegen diesen Drachen überhaupt keine Chance haben. Aber ein paar Ressourcen lassen wir die Lava-Welpen hier noch sammeln. Er muss mich an der Queen-Walk-Taktik generell selber natürlich ein bisschen üben. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob wir gleich vielleicht einfach einmal nochmal tief in die Gem-Kiste greifen und gleich nochmal einen zweiten Angriff hinterher probieren. Ich lasse jetzt mal die Lava-Welpen hier noch kurz ein bisschen dunkles Elixier aus dem Bohrer holen. Aber jetzt wird sie dann der Drache eh gleich ausschalten. Das heißt, jetzt können wir auch abbrechen. Sind jetzt mit 70% raus. Das ist ganz klar nicht Sinn und Zweck des Queen-Walks, sondern man will hier mehr holen. Und wisst ihr was, ich bin heute in Spendierlaune. Wir machen jetzt mal, probieren wir, sollen wir ein Go-Hawk oder Go-Lava-Loon? Hmm, das ist die Frage. Also wir nehmen erstmal einen Gift-Spell für die Klamour. Also Go-Hawk oder Go-Lava-Loon? Wir machen, probieren wir mal Go-Hawk. Queen-Walk mit Go-Hawk. Bin ich wirklich ganz ungeübt? Das heißt, wir nehmen einen Jump mit. Wir nehmen drei Heal mit. Jump ist am Anfang für die Golems. Heal ganz klar für die Schweine. Und dann nehmen wir noch einen Mut mit. Am Golems nehmen wir zwei. Ich hoffe mal, mir kann jemand einen spenden, der gerade online ist. Sonst müssen wir im schlimmsten Fall nur mit einem angreifen. Und dann heißt es einmal bitte vier Healer. Und dann heißt es schön Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Wir nehmen mal so 18, ja, was nehmen wir so mit? Jetzt hätten wir 20 Stück. Nehmen wir dann mal noch fünf Magier. Nehmen wir mal noch ein paar Mauerbrecher, wo wir durchbrechen. Sechs Stück für jeden Golem etwas. Nehmen wir noch ein paar Burgen für eventuell tote Gebäude mit. Und können dann sogar noch ein paar Schweine mehr nehmen. So, dann haben wir Schweinchen am Start. Jetzt warten wir noch auf den Golem. Wenn wir den dann bekommen, kann ich nämlich auch am Ende den Rest jammen. Wir müssen ja auch die Helden hier wieder fit jammen. Ihr seht, meine Jams werden immer weniger, 1230, aber ich habe es schon erwähnt. Irgendwann wird dann hier einfach mal ein bisschen Geld investiert und ein bisschen aufgestockt. Frag mal, ob jemand on ist. Hätte mir jemand Golem. Ansonsten müssen wir den Angriff vertagen. Beziehungsweise, weil es ja auch schon mehrfach gefordert wurde, wird es hier einen kleinen Cut geben. Bis dann ein Golem in der Klamourg ist. So scheint es fast zu sein. Ressourcen, ihr seht, hier sind gut welche am Start. Fast 8 Millionen Elixier. In knapp 24 Stunden ist mein Riese fertig. Und ich werde mich dann den Barbar oder den Jump anwenden. Aktuell präferiere ich den Jump Spell. Und so ist es. Eine Premiere. Nein, keine Premiere. Ich habe es schon mal gemacht. Aber wir machen einen kleinen Cut. Wir warten auf den Golem. Und sobald ich den habe, bin ich wieder da. Und da sind wir wieder. Mit Golem in der Klamourg. Mit breiten Truppen und Spells. Und werden uns jetzt erneut an einem Queen Walk ausprobieren. Mit Schweinen. Hier hätten wir eine nice Base, was Ressourcen angeht. Aber wir müssen jetzt wirklich schauen. Die erste Base bin ich ehrlich gesagt. Ja, Queen Walk technisch muss ich noch üben. Müsst ihr ein bisschen, ja, wie sagt man am besten, großzügig mit mir sein. Und ich denke hier hätten wir einen Multi-Inferno und der andere wird geupgradet. Da könnten wir es probieren. Auch wenn es eine Farming Base ist. Das probieren wir. Und wir fangen mal an mit der Queen. Schauen wir mal Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr. Lassen wir die Queen mal von hier aufräumen. Inklusive der vier Heiler. Und können dann gleichzeitig, beziehungsweise wir warten mal, bis die Queen ein bisschen aufräumt. Natürlich müssen wir auch immer schauen, zeittechnisch. Deswegen denke ich mal, marschieren wir doch von dieser Seite mit unseren zwei Golems hinein. Machen da jeweils die Magie hinterher. Und müssen dann jetzt unsere Mauerbrecher schön platzieren. Rechts sind sie fast durch. Das heißt, rechts noch einen und links noch einen. Und schauen, ob es dann klappt. Die Queen teilt es aus. Jetzt kommen wir mit unserem King noch hinterher. Jumpspell können wir hier Richtung Mitte nehmen. Und die Queen geht außen rum. Und wir kommen dann später, jetzt hauen wir erstmal hier den Wut drüber, mit unseren Schweinen von irgendwo. Die Queen teilt es hier von hinten aus. Und wir müssen es warten, bis natürlich recht viele Gebäude zerstört wurden. King dann eventuell auch zünden. Der wird gerade vermult, die Inferno. Und ich denke, wir kommen jetzt von hier oben mit all unseren Schweinen. Zünden zwischenzeitlich schnell den King. Und machen hier mit den Schweinen weiter. Und wir hatten ja gesagt, mit den Heels möglichst lange warten. Wir hauen jetzt mal hier den einen hinein. Haben ja dann noch genug Heels am Start. Die Queen wird schön hochgehalten. Die Base ist sicher nicht mega überstark. Hier drüben gleich mal für die Schweine den zweiten Heel. Auch wenn sie erstmal ins Zentrum gehen. Die Queen, seht ihr, ist mittlerweile wieder komplett hochgehalten worden. War natürlich eine Farming-Base. Das heißt, man kann es nicht ganz vergleichen. Letzten Heel werden wir dann hier unten benutzen. Bei dem Magier-Turm. Je nachdem, wo sich die Bäuses entscheiden hinzugehen. Ja, die packen wir hier unten. In oben haben wir noch einen Magier-Turm. Wir haben auch noch zwei Bogen am Start. Die können wir schon mal außen für die Gebäude platzieren. Damit es am Ende zeittechnisch nicht eng wird. Weil ihr seht, dass die Queen tobt sich hier in der Mitte aus. Und hat doch noch einiges zu erledigen. Ebenso die Schweine. Jetzt wäre natürlich ein Heel optimal. Durch die Riesenbombe wurde denen richtig zugesetzt. Mal schauen. Magier-Turm haben sie einen Daumen bekommen. Sehr, sehr nice. Und jetzt ist es am Ende eine Zeitgeschichte. Ja, den Gift-Spiller haben wir nicht gebraucht. Die Schweine toben sich aus. Zwei Bogenturme sind noch am Start. Die Bogen. Ja, das gibt am Ende wahrscheinlich ein Zeitproblem. Wir zünden jetzt mal die Queen, dass es gleich ein paar extra Bogen noch hinzugibt. Der eine Bogenturme lebt auch noch. Das werden wohl leider nur zwei Sterne. Wir schauen mal. Die Queen, ihr seht das. Durch die Heiler wirklich komplett hochgeheilt. Also Queen-Walk technisch. Könnt ihr mir auch gerne Verbesserungsvorschläge natürlich schreiben. Wie gesagt, von der Base ist es immer schwer. Es ist ja eigentlich eine Taktik, die man eher im Clan-Wall benutzt. Aber ich wollte sie mit euch jetzt einfach in Form dieses Epic-Fights mal ausprobieren. Und habe mir eben gedacht, okay, wir packen einfach noch einen zweiten hinterher. Und wir sehen jetzt ganz klar, wo wer. Was ja eher unwahrscheinlich ist, was eine Farming-Base war. Ist es nicht so leicht, zeittechnisch das Ganze hinzubekommen. Also bin ja dann mit dem, es war ja ein Go-Hawk-Angriff im Prinzip. Die Schweine haben bis auf den einen Bogenturm alles ausgeschaltet bekommen. Aber ihr seht das jetzt, zeittechnisch hat es am Ende nicht ganz gereicht. Tickt die Zeit. Die zwei Bogen außen haben nicht gereicht für die toten Gebäude. Und die Queen war dann auch ein bisschen langsam. Hätte ich vielleicht schon früh mit dem Rest loslegen müssen. Generell der Angriff für mich natürlich mega rentabel. 270.000, 2500 dunkles, 170.000 normales Elixier. Und das waren dahingehend ganz offen gestanden. Meine ersten zwei Versuche, was einen Queen-Walk-Angriff angeht. Ich habe mir da, wie gesagt, ein paar Artikel durchgelesen, das ein oder andere Video angeschaut. Ist natürlich sicher noch Verbesserungspotenzial da. Bin auch offen für Verbesserungsvorschläge. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Lass doch gerne den Daumen hoch da, wenn es so ist. Und wir sehen uns dann morgen Abend zu einer neuen Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.